Wir stehen Ihnen mit unserem Bauunternehmen aus Berlin seit dem Jahr 2014 für die Errichtung eines Rohbaus zur Verfügung. In dieser Zeit konnten wir an den verschiedensten Projekten mitarbeiten. So haben wir nicht nur Privatpersonen bei der Errichtung des Eigenheims geholfen, sondern waren auch am Bau von Staudämmen, Parkhäusern oder Gebäuden der öffentlichen Hand beteiligt. Profitieren auch Sie von unserer Kompetenz und lassen Sie sich unverbindlich beraten. Gerne übernehmen wir die komplette Baubetreuung, sodass Sie stets über die Fortschritte informiert sind.